Ich muss es machen. Ich muss es machen. Leck mir um Wurst, es ist heiß, was du... Äh... Äh, was hast du vor, Junge? Elfmeterpfeifen. Junge, bist du verrückt? Der wäre doch gegen mich. Wir halten doch zusammen, oder nicht? Oh, ja, stimmt. Weitermachen. Ha! Leck mir um Wurst, Eckball. Hey, jetzt, Junge. Was jetzt? Elfmeterpfeifen. Aber das wäre doch unfair. Ich habe dem BVB auch kein Elfmeter gegeben. Hallo, unfair ist unser zweiter Name, Junge. Ach, ja, stimmt. Elfmeter. Ha! Ha! Ha!